Herzlich Willkommen zu meiner Folge hier aus Zechen DSG. Wir starten heute meinen Tag mit Benzin los, um Benzin zu sorgen und Messen mit Möglichkeit. Ich zeige euch kurz, was ich heute Nacht gemacht habe, so nebenbei. Ich hatte eigentlich nur einmal kurz Besuch, war kein Problem, meine bereitgestellten Fallen haben gut funktioniert. Der Graben ist nun komplett durch, von links nach rechts oder links nach rechts und rechts nach links und zwar bis hier vorne ran. Bis hier, naja, ich überlege noch, hier können sie ja rausgehen, ungünstig. Vielleicht mache ich mir etwas vor oder ich grabe da spreche gerade. Hier soll der Beton hin, also da und da und die Ecke auch. Und oben mache ich dann diese Steine hin, das reicht ja aus. Erstmal. Wenn das doch irgendwie doch grenzlig werden sollte und die brechen durch, dann kann man immer noch Beton auswechseln. Ich hör mal Geräusche, das ist noch nicht ganz so tragisch. Also der Beton mische aber ein bisschen, ich mache ein bisschen Bruchsand und wir brauchen Benzin, um alle anderen Ressourcen zu besorgen. Also Eisenerz ist ganz wichtig. Das ist natürlich auch ein bisschen. Ja zum Beispiel. Und ja. Vor allem Benzin und Kühler für Munition. Das ist unser Zeithauptraum. Was ich noch merke, dass wir da gut zurechtkommen. Ja, wir werden mal so gucken. Die Stadt, wo jetzt theoretisch Benzin bei mir. Leer gemacht. Leer gemacht. Gut. Leer gemacht. Benzin. Das hat schnell die Stadt. Neulich gut viel gefunden haben, war dort. Ne, da nicht. Bei der Frosties. Norn. Und zwar hier in der Stadt. Hier waren noch viele Geschäfte. Und da würde ich hin. Da denke ich mal, können wir hier hin. auch entsprechend was holen. Einsteigen. Mal kurz gucken. Besten fahren. Wir vergessen. So. Wir könnten über das Frostland fahren. Geradeauf und links und rechts. Wäre ungünstig. Wir fahren so lange wie möglich in der warmen Zone. Denn da ist noch garantiert richtiger Frost. Hier ist nun alles zu. Schon besteht in der letzten Zeit. Folge. Hier entsprechend auch. Der Tag ist jung. Wir sind frisch. Also eine Folge ist immer fertig. Und den Rest. Ja. Laufe der Woche. Morgen ist Freitag. Das heißt. Morgen ist Dings dran. Die Marsch. Ganz wichtig. Ich hoffe, dass da der Ton dann auch passt. Das ist nämlich eine Katastrophe. Ob er noch passt. Müsst ihr immer wieder äußern. Was wir da noch verbessern könnte. Ob hier das ein oder andere bisschen lauter machen kann. Oder sollte. Da war schon drinnen gewesen. In dem Laden noch nicht. Da gebe ich hier rein. Wo sind keine Autos. Aber Tür ist offen. Da war schon drinnen. Wir brauchen Autos. Wir müssen uns ja alle. Wir müssen noch einen Benzin haben. Das macht sich für mich besser. Einen Ritt. Einige. Zehntausend holen. Und. Bevor wir da jetzt. Mit der Picke. Umplanen. Das besser. Wir machen das gleich. So ein Bock wäre nicht verkehrt. Bock. Ja gut. Das ist eine andere Richtung. Ich wollte sagen. Ich habe es noch nicht gesehen. Beziehungsweise. Die haben wir schon. Schon mal geguckt. Aber ich dachte über neue. Und dachte erst. Ich habe es übersehen. Schlecht. Ja gut. Die Richtung. Trink. V3. Keine Ahnung. Getränk. Frei. Vermut ich mal. Ach. Ich sehe mal schon auf. Guten Morgen. Genau. Schlecht geschlafen heute. Was. Was. Nun los. Dabei. Ich habe ein bisschen Geld. Aber nicht bei mir. Wäre auch so eine Option. Wollen wir verkaufen. Wir sind dann hier gesammelt. Ich habe knapp 1000. Aber so viel. Äh. Kostet ja alles mehr. Ich brauche es wissen. Munition aus Eisen zu fertigen. Oder auch Stahl. Das wäre optimal. Mal. Da hätten wir ausgesagt. Dann müssten wir die Evolution nicht mehr los. Moin. Von munter. Ja. Ich muss mal früh los. Aber aktuell. Kein Stress. Aber ja. Da machst du das Sprung. Wir wollen Geschäfte. Das Gebäude. Ist auch interessant. Aber wir haben mal Geschäfte. Könnte man hier viele Knochen holen. Ja. Müssen wir aber eine Knochen-Tour machen. Und das Gepäck gleich wieder voll. Das ist eher ein Problem. Wir wollen ja eh was holen. Benzin. Kühler. Wenn es geht. Am besten noch viele Bücher. Über ja. Alle möglichen FIT ordentlich kennen. Neh. Ist das richtig überhaupt? Jo. Ich glaube wir sollten tanken. Neh. Das wäre nicht äußerst unangenehm. Wenn wir jetzt mittendrin. Oh. Frühstück. Das ist Frühstück. Aber gefährliches Frühstück. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Lauf nicht weg. Ja. Das muss sein. Weil. Der Tars hier hättet. Wir haben was zu essen. Ja. Bin ich selber. So. Guck mal hier. Ich habe jetzt einen Zweier gefunden. Der nicht aufbauen lassen können. Ah. Kühler. Benzin. Ja. Benzin ist gut. Oh. Kühler. Na gut. Kühler. Aber gut. Auch da haben wir genommen. Wir wollen da Geschäfte gucken. Ja. Wenn wir einkaufen so. Neh. Was die so haben. Apropos Kiste. Wo haben wir hier die Kiste angezeigt. Links. Leicht links. Da müssen wir mal hinkommen. Hinkommen. Da muss man eigentlich gut fahren können. Neh. Kiste dicht bei. Da werden wir ja blöde mal liegen lassen hören. Ja. Gleich eine Tasche. Na ja. Gut. Okay. Bläser ist immer gut. Ja. Gut. Seid ihr bereit? Dann zahlt das alles. Ach. Da oben. Na gut. Ist. Schon ne ältere wahrscheinlich. So. Moped. Schwiebel an. So. Mal gleich mal zerlegen. Hier. Brauchen wir nicht. Das Mod. Ah. Das Mod drinne. Kann man nicht zerlegen. Also bis besser. Immer viel leichter. Es ist auch nicht fertig. Ist schon wieder voll und auch rechtern gekommen. nicht. g Karlaufen. Das Modell ist einfach frei. So, was haben wir hier schönes? Wir haben eine Kirche hier rechts, aber hier ist es kalt. Ob hier wissend drin ist, Waffen haben wir wahrscheinlich nicht. Kanal mit der Führung. Hier sind zwei Häuser und ein Gast, habt ihr den jetzt gesehen? Na gut, besuchen wir mal. Gut. Wie enttäuscht. Warum so wenig? Ja, Benzin ist ganz wichtig. Dann können wir ganz schnell entsprechend im Keller was holen. Also im Erz. Also Durchgang vom Keller Richtung Mine. Natürlich wäre es besser, wenn ich Benzin herstellen könnte. Muss ich mal schauen, ob man da lernen muss. Denn das wäre ja perfekt. Öltüfe haben wir mehr als genug. Da können wir den herstellen. Bzw. wir können das entsprechend fördern. Als Rohstoff. Und dann könnten wir das entsprechend nutzen. So, kein Kühl dabei. Rechts ist die Kirche, da wollen wir noch nicht rein. Dann gehen wir nix im Haus rein. Dann sagen wir mal guten Tag. Da schon mal weiß ich das gut. Wie bei ist ein Axt ja besser, aber jetzt in dem Augenblick ist das vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Muss man sehen, dass wir den umtauschen. Schaufel gegen Axt. Einmal Bronze. Gut. Colt, sagt der Colt. Ja, die Axt. Und hier mal ganz kurz unser Übergepäck. Reine schaffen. Reparatur Kit habe ich da. Lass Antäne können wir lassen. Öl können wir stecken. Liss würde ich lassen. Aber das kann weg. Angeblei kann weg. Antibiotika kann weg. Bzw. ins Gepäck. Können wir stecken. Fleisch werden wir nicht mehr kriegen. Oder wird man Hirsch nachher. Aber das glaube ich ja nicht. Das brauchen wir aktuell nicht. Das kriegen wir als Rohstoff garantiert wieder. Hammer können wir oben legen erstmal. Ja gut. Nicht unbedingt ein Vorteil. Ich war schon mal so. Gut. Bis auf das was wir jetzt noch nicht decken können. Dann haben wir alles raus. Okay. Jetzt gehen wir mal rein. Brei. Na ja. Ob ich das herstellen kann. Keller hat die meisten Munition. Und die Zombies. Wasn't das ganze 역. uin. Dann meren wirs, komm. man müssen wir so erschrecken muss ja die klopfen aber wo wusste ich nicht ich bin so großartig Ah, es ist ein kleineser. da kommen wir her was ist das für eine kiste jungen um so erschrecken hier aber auch nicht gelachen ah hier ist eine kiste eigentlich ganz gut hier können wir als erfolgt werden hier ein schwer gut nehmen wir es mal als kleiner das war nicht das können wir halt abbauen aber davon die teile die wir kriegen würden die haben wir eh schon genug so habe ich endlich hier selber nuggets den kann ich auch zerlegen langer hier werden wir aktuell nicht ja das kann ich zerlegen und den da rein nehmen dose legen federn gegen liter pfanzer kreist panzer gut da war leider gewesen nennen wir es mal versuch aufzukommen koffer das ist nicht schlecht das sind so gut wie 10 schutz motion ja gut wir also so was ist dahinter halt na gut ausbeute ist naja es geht so böse gut kraft immer durch dessen kann ich mal um die branche zu kümmern natürlich kühle sauber schlossen holenblech bücherregal und hier haben sie sich angeschlichen Kabel einhause So kurz mal zerlegen, das ist noch nicht gerade, ja hier mal noch auf. Das brauchen wir eh nicht, obwohl da noch mehr drin sind, es gibt noch mehr Teile. Ah, das noch mehr. Gut. Beide noch zugeklangen. Leder? Aber genüge, ne? Das ist nicht so wichtig. Wollen wir mal nachladen hier. Genau in Höhe. Ah, was haben wir hier? Ach, Fernsehen. Also zwei Türen. Bronze. Ja, ich durchsuchen soll's. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin nicht allein. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja erst noch mal was und zerlegen manches Polen hat nicht das Problem was für diese Öffnung uns sagen Dach Grunde bin ich voll Beides kenne ich schon Ich denke man kann verkaufen, essen kann man noch nicht Papier kann man hier lassen Kann man verrückern, mein Händler Blei ist interessant, aber Blei haben eine Mine mehr als genug Und wir haben ja Munition kein Problem Also wäre das immer Blödsinn So wir gehen jetzt zurück Leider kein Wissen drin oder Papier Hol ich schon, das soll es heute gewesen sein Ich danke fürs Reinschauen Vielleicht sehen wir uns mal wieder Tschüss